schönen guten morgen meine freunde auf maverick tv und zwar fragen mich viele maverick was tust du frühstücken dass du wirklich so powervoll am start bist und da dachte ich mir präsentiere ich euch mal heute ein unboxing von meinem frühstück so meine freunde und da haben wir schon das gute stückchen und zwar damit man nicht viel schneiden und zubereiten muss besorgt man sich einfach fruit snack ich erkläre euch jetzt was das ist von capri sonne capri sonne hat einen fruit snack rausgebracht in diesem fall ist es banane und kirche 100 prozent frucht bio ja da dran ob man das jetzt glauben mag oder nicht ich vertraue den ganzen ganzen geschichten hier nicht was hier steht aber sagen wir mal wir glauben den also 100 prozent frucht bananen und kirche ist einfach so eine kleine tasche der inhalt ist 100 gramm mit so einem verschluss hier ja ich muss das mal hier für euch richtig scharf stellen jetzt geht leicht von der hand und dann haben wir voll habt ihr schon gesehen was rausgeflutscht es ist so wie baby brei mit allen diesen vitaminen vom geschmack ist es jetzt natürlich nicht das blaue vom himmel eine portion obst steht hier auch noch aber man muss schon die augen zu machen und durch also augen zu und durch und sich so eine tüte hier am frühen morgen reinziehen und dann ist der grundstein der vitamine für den start in den tag schon mal gelegt in diesem sinne meine freunde besorgt durch eine tasche fruit snack von capri sonne und probiert das mal aus gibt sicherlich auch in anderen geschmacks richtungen in diesem sinne peace out of maverick tv